Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Wir sind jetzt in unserem Lego City Adventskalender bei Türchen Nummer 13 angekommen. Hier unten seht ihr, was schon in den vorherigen Türchen alles dabei war. Und wir schauen jetzt mal in Türchen Nummer 13. Das scheint ein Ganova zu sein. Hier die Einzelteile. Hier haben wir dann unseren Banditen, der eine Taschenlampe in der Hand hält und einen Sack mit einem Edelstein, könnte ein Rubin sein. Den werde ich jetzt einfach mal in unser Lego City Stadtbild einfügen. Wenn ihr wissen wollt, was sich hinter den nächsten Türchen verbirgt in unserem Lego City Adventskalender, dann schaut einfach fleißig unsere Videos dazu. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!